du solltest eigentlich bald mal wieder hilfe von unserem zweiten arbeiter kriegen der machte ich den werkzeug schreiner ok sodass ich kann hier vielleicht mal ein bisschen holz eingelagert werden und dann können wir ja den bierbrauer hin träger als händler fürs erste miss brauchen und einfach den bäcker händler bei nahrung ist ja eh genug da ja dass der verein der städte ist kein problem so 15 schwerter haben wir bereits so du kannst jetzt erstmal wieder eisen schürfen weil eisen verarbeitetes haben wir auch genug gerade wichtig ist auch dass wir steine reinkriegen dass wir gold tauschen können so hätten wir auch das war schon war etwas weizen dass wir ihnen leder tauschen könnten wenn wir leder bräuchten aber leder sieht gerade doch am besten aus so 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 das heißt du kannst hier so 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 haben bis er das ganze gold hier und er kriegt auch sogar alles fast alles an gold so rein außer das fitzlichen da unten also ja wenigstens scheint der fluss natürliche grenze zu sein und ja ich kann sein arbeitsbereich glaube ich nach da unten verlegen dass er hier unten auch noch ein bisschen mehr schürfen kann absache wir kriegen etwas gold selber rein und nachher wird er halt zu dem zweiten stein betz so 21 schwerter sind schon mal so jetzt ist 23 ja ich werde dich wahrscheinlich erstmal behelfsmäßig zum träger machen sobald du die restlichen zwei schwerter gemacht hast das ging aber flott bei dir ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, Rüstungsschmiede ist fertig und wir haben die Schwerter, die wir brauchen. Also wirst du mal kurzzeitig zum Träger und machst deine Schwertschmiede leer. Weil leider zählen Schwerter so nicht. Du sollst das Schwertschmiede bitte holen. Genau, danke. So, so passt fleißig Gold ab. Und ja, dadurch, dass er erst das Gold abbauen muss, hier alles, was er abbauen kann. So, du kannst wieder bei Bauarbeitern helfen. Wenn wir die Schwerter einlagern. So, du kannst trainiert werden. So, weg. Rüstungsschmiede ist auch fertig mittlerweile. So, das heißt für unseren Jäger. Gibt's jetzt auch wieder was zu tun. Nämlich Weber werden. Nordjölf trainieren. So, und du kannst dann wieder in der Bäckerei aushilfen. So, was gibt's denn jetzt gerade überhaupt noch zu bauen? Wird gerade irgendwas noch gebaut? Nö. Das heißt, ein Dreifamilienhaus muss noch her. Und eine Kaserne. Ach ja. Ah, dann fehlt auch noch der Bogenmacher. Bogenmacher. Ja. Dann geht es auch noch. Ja. Und dann geht's auch wieder, wenn du bist. So, wir kommen jetzt hier aus. In der nächsten Stunde. Jetzt geht's. Ja. Dann geht's. Dann machen wir. Dann geht's. Wir müssen die Zeit machen in der Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 So, noch 10 Schwerter. So, noch 10 Schwerter. Ja, und ich bin wieder an einer Stelle, wo ich nicht viel sagen kann, weil wir einfach warten müssen. Gold wird abgebaut. Sehr schön. Hier, unser Dreifamilienhaus ist fertig. Oh, das heißt, die Kaserne wird gebaut. Oh, ich kann auch gleich den Goldschmied hier in Auftrag geben. So, genau. Oh.